hallo zusammen und einen wunderschönen montagabend ersten turniertag von meiner seite aus für mich war er wahrscheinlich nicht so wunderschön weil ja ok mehr sage ich dazu nicht müssen meine offensiv jetzt ausgleichen wir haben bonus booster fünf sterne ich glaube ohne blau korrekt das heißt wir werden schwarze ritter sehen wir werden so ein zeug halt sehen hauptsächlich schwarze ritter wird das schlimmste sein das wiederum ist eigentlich relativ dankbar wir machen das das und den und wir wollen die gegner glänzen und uns glänzen das heißt wir machen das und das ja ich habe zweimal attack up dabei geht mir aber am zack vorbei so er braucht nur die fünfe und er so zack zack ja das passt lim hallo willkommen wir haben kein rot wir prüfen ob wir rot bekommen so ein bisschen ja das war schon mal die halbe miete ein bisschen mehr rot wäre schön bevor sie auslöst so aber wir spielen weiter nur in sie rein ok jetzt kriegt sie noch was anderes die zwei lösen sie hoffentlich noch nicht aus ne gut da sollte der rote jetzt reichen aber marianna wird jetzt was töten es sei denn wir haben hier irgendwas ne lucky combo so du mietst ja kannst du weg machen natürlich 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 so reicht der lila ne das ist die frage ja so und jetzt bitte nicht so jetzt möchten wir domitia einen start bekommen weil wenn sie da in der ecke auslöst machen wir kommen noch schaden mehr und die machen mehr so komm das ist ok der kann sterben machen wir mal den ah scheiße da löst sie aus naja du mietst ja würdest ja nicht töten ne so zack zack jetzt wollen wir eigentlich wieder ein bisschen rot bekommen kriegen wir auch sogar ausreichend machen wir mal den und dann drücken wir den dann haben wir nämlich gleich nochmal gehen wir da drauf dann drücken wir mal den und hoffen dass kein blauer hinterher kommt ähm zack sie löst noch nicht aus hoffen wir mal dass die zwei auch ok passt so jetzt holen wir uns rot wieder an jetzt wird sie nochmal ihre dev abbauen vollkommen ok interessiert uns nicht mehr holen wir uns domitia jetzt rein hätte man vielleicht sogar warten können mit der marianna egal weg ist weg danke lin danke für den sieg ähm wir spielen weiter wir kriegen eventuell mit dem lilan das ist natürlich auch ok gewesen kriegen wir noch rechtes na komm ja 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 hm jetzt machen wir mal den jetzt drücken wir mal das mal gucken was das auslöst ach nicht viel ok zack zack bitte nicht auf rigart mal losi das wäre ich dachte grad so machen wir mal den hier sehr gut dann machen wir den nochmal ab den dann machen wir den und wir wollen schade es kam kein rot umgangen 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 das ist ja wie ernsthaft ernsthaft na komm löst halt nochmal aus wir spielen euch jetzt einfach runter ausgewichen hahaha so nochmal den und dann nochmal den dann kommt der echt nochmal wieder bei bei vadim so wollen wir mal dreimal lila spielen nee wir machen das anders ähm wir spielen unsere erfolgreiche kombo zack ja mit ein bisschen grün wäre uns echt geholfen gewesen da ist einmal uuuhh das ist nicht gut uuuhh das ist gut reicht nicht es reicht nicht aber ihn hier bringen wir auf jeden fall zum leiden so zack 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 das ist schon mal wichtig dass wir jetzt in rigart wieder einen start bekommen bevor hier richtig alles dem bach runter geht ähm wohl liegt lila überall drunter das reicht uns so sehr gut so dann machen wir mal den zack und auch der ist gewonnen es sei denn der belebt sich wieder gut schön weiter gehts weiter gehts können wir in den Anzug reinspielen, wenn wir mal grüne Matches kriegen mit frühen Hänsel dann ja, ansonsten wäre rot hier eigentlich echt sinnvoll aber rot habe ich nicht so viel Utility deswegen hoffen wir auf grün vielleicht kommt hier grün runter auch schön aber zu viel blau er wird auslösen aber jetzt war das noch nicht so schlimm mit der Heilung gucken wir mal, wie viel es bei ihm anrichtet weil eigentlich würde ich den Tank schnell weg haben ok, kann man auf ihn ein bisschen einspielen, ohne dass was passiert uns was zurechtlegen gucken wir mal, ob der grüne reicht ja, sehr gut das hat sie entschärft als hätte ich den gründer grün gerne anders gehabt desto mieter ist ok ja, ich mein kommt hier grün wird grün oh schön lasst die grünen in Ruhe ah, der ist natürlich aber die Kombi ist einfach viel zu geil die grün die drei schnellen da die gehören eingerahmt so, einen haben wir noch ok, jetzt müssen wir ändern auf jeden Fall kann man nicht grün spielen man kann aber gelb spielen nur welche gelben spielt man also zwei sind relativ klar jetzt ist die Frage malosi oder der Wächterschakal oder Nebel oder Norn oder Wukong das ist definitiv ein bisschen gelb mit dem man arbeiten kann machen wir erst mal so dann machen wir das so und hoffen dass wir hier ein bisschen mehr geklumpt den Spaß kriegen ich brauche noch mehr gelb das ist mein Problem gerade kommt hier gelb ja, aber nicht so wie ich es wollte hm das ist uncool gerade ich habe hier ein Match oh, jetzt ist er schon weg fuck ich habe hier ein Match hm Krasu löst auch aus der hält das aus ah, das ist jetzt weniger cool der letzte Durchlauf so, schauen wir mal was hier passiert alles gut ouch, den habe ich ja gar nicht gesehen oh mein Gott ich glaube ich gehe hier raus bevor die wiederbelebt ach fuck oh man ich habe den Hasen nicht gesehen das ist mein Fehler ähm okay ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen haut rein bis dann ciao